Untertitelung des ZDF, 2020 Roboterboxen ist eine gesetzmäßige, sehr teure und beschützte Welt, die WRB, World Robot Boxing League. Es geht um Sponsorenverträge, viel Geld, öffentliche Veranstaltungen, Regeln, Gesetze. Doch es gibt auch die Unterwelt. Keine Regeln, keine Gesetze, Kampf bis zum Tod. Charlie promotet und besitzt Roboter, doch in der niedrigsten Klasse der Roboterbox-Welt. Er versucht sich damit durchzuschlagen. Nur ein kleines Darlehen. Ich hab dich echt gern, Alter. Aber mit dir verliert man nur. Wodach suchen wir? Nach allem, woraus ich einen Kampfroboter zusammenbauen kann. Charlie bildet Atom auf dem Schrottplatz und glaubt, dass er ein besonderer Roboter ist. Atoms Besonderheit ist die Shadow-Funktion. Sein System ist so programmiert, dass er genau das macht, was er sieht. Als Charlie dann den Roboterboxer trainieren soll, kommt ihm seine ganze Erfahrung zugute. Beobachte mich. Beobachte mich. Charlie und sein Schrottroboter ergänzen sich gegenseitig. Mach ihn alle! Mal wie! Mar Он bei euch! Ich schreib's euch, Sch ding named Professor! 引 deg. �be ich. ... Untertitelung des ZDF, 2020